Hallihallo Hallöchen und ein ganz herzliches Willkommen zurück zu Siberia, dem allerersten Teil. Wir sind hier gerade in Arabad. James, wo warten Sie denn? Sagen Sie mir nicht, Sie hätten die Glocke schon wieder nicht gehört. In der Tat, die Glocke hat geläutet. Es ist sehr windig, nicht wahr? Ja, es pfeift ordentlich. Warum? Frau Romanski will das nicht verstehen. Sie sagt, dass ein Automat keinen Schutz braucht. Aber mein Organismus verträgt die salzige Brise nicht mehr. Ich wage mich nicht nach draußen. Okay. Und wenn ich Ihnen meine Salzmaske leihe, wäre Ihnen das eine Erleichterung? Ganz bestimmt. Aber das hat doch nichts nur mit der Maske zu tun. Naja, gut. Er hat ja noch andere Öffnungen, wo das Salz rein wehen kann. Na gut, egal. Wir sind keine Automaten. Wir haben davon keine Ahnung. Kate, und? Hast du die berühmte Helena getroffen? Wie ist sie? Erinnert sie sich noch an Frank? Hallo Mama. Ja, ich habe sie getroffen. Sie lebt tatsächlich in Aralbad. Sag Frank noch einmal vielen Dank. Das würde ich tun. Wie ist es in Aralbad? Wer weiß. Vielleicht wird Frank mich ja einmal dorthin entführen. Weißt du Mama, dieser Kurort ist nicht mehr das, was er einmal war. Du wärst sicherlich enttäuscht. Das glaube ich auch. Vielleicht hast du recht. Dann bist du jetzt also fertig? Kommst du bald zurück? Ist deine Mission beendet? Nicht ganz, Mama. Ich habe immer noch nicht den Erben gefunden, mit dem ich die Angelegenheit regeln muss. Helena Romanski ist, wie soll ich sagen, eine Art Umweg. Jetzt hör mal zu, mein Kind. Ich habe das Gefühl, du drehst dich im Kreis. Du solltest zurückkommen und deinem Boss erklären, dass es diesen Erben gar nicht oder nicht mehr gibt. Du hast schon viel zu viel gemacht. Soll ich ihn für dich anrufen? Mama, misch dich da bitte nicht ein. Ich will Hans Vorarlberg finden für meinen Kunden ebenso wie für mich selbst. Du bist genauso dickköpfig wie dein Vater. Aber sag hinterher nicht, du hättest besser auf deine Mutter gehört. Versprochen, Mama. Oh. Und das hört sich so an, als wenn jetzt gerade Helena kommt. Ja, sieht gut aus. Hört sich aber nicht so gesund an, der Automat. Guten Tag. Es ist mir eine Ehre, Ihre Bekanntschaft machen zu dürfen, Frau Romanski. Ich habe viel von Ihnen gehört. Und gelesen. Man redet also heute noch von mir? Natürlich. Ihr Name wird allseits hoch gelobt. Sie sind eine der größten Sängerinnen dieses Jahrhunderts. Ich war, mein Kind, ich war. Welches ist nun also der Grund für Ihren Besuch? Wie ich Ihnen bereits sagte, ich bin Anwältin. Um ehrlich zu sein, verstehe ich recht wenig von klassischer Musik. Aber die Herren Borodin und Malkovic haben mir wirklich Lust gemacht, sie singen zu hören. Da kommen Sie zehn Jahre zu spät, mein liebes Kind. Und wie geht es Frank? Ich nehme es ihm noch immer ein wenig übel, dass er uns verlassen hat, um in Amerika Karriere zu machen. Ich will Sie ja nicht kränken, aber ich habe schon immer gedacht, dass Cowboys nichts von großer Musik verstehen. Ich glaube, er singt heute kaum noch. Wenn, dann im Rahmen von Wohltätigkeitsveranstaltungen. Er lässt Sie ganz herzlich grüßen. Das weißt du gar nicht, Gret. Wie lieb von ihm. Sehen Sie, James, man denkt noch an mich auf der anderen Seite des Atlantiks. Aber das habe ich nie bezweifelt, Frau Romanski. Und der andere Herr, wie sagten Sie, Borodin? Kenne ich ihn? Ja, Sie haben einmal in Kompolsgrad gesungen. Ein herrliches Konzert, wenn ich dem Direktor glauben darf. Wenn Sie wüssten, wie lebhaft er sich noch daran erinnert. Auch er bewundert Sie heute noch. Der Gedanke, einen meiner treuesten Bewunderer wiederzusehen, ist wirklich sehr verlockend. Oh je, aber mit dieser Stimme ist es mir unmöglich. Hm. Aber warum? Eine rechtliche Angelegenheit. In deren Zusammenhang ich Herrn Sargei Borodin, den Direktor des Industriekomplexes Konkolsgrad, nordwestlich von hier, kennengelernt habe. Ah, ja, ja. Ich erinnere mich an diese Fabrik, ein finsterer Ort. Das waren Sie übrigens alle. Frau Romanski, dieser Herr Borodin ist einer Ihrer größten Bewunderer. Sein größter Traum ist es, Sie noch einmal bei sich singen zu hören. Singen? Aber mein liebes Kind, ich singe schon seit langem nicht mehr. Mit der Stimme ist es wie mit dem Rest. Mit der Zeit verblüht sie. Sie übertreiben. Ich bin davon überzeugt, dass Sie noch heute eine wunderbare Stimme haben. Das ist sehr freundlich von Ihnen. Aber senil bin ich noch nicht. Ich finde mich mit der Realität ab. Nein, es ist für mich ausgeschlossen, noch einmal zu singen. Oh Mann. Frau Romanski, glauben Sie mir bitte, dass ich Sie niemals hier gestört hätte, wenn ich nicht wirklich auf Ihre Hilfe angewiesen wäre. Ich verstehe, mein liebes Kind. Aber meine Gesundheit erlaubt es mir nicht mehr zu singen. Es tut mir sehr leid. Es ist zu komisch. Aber ich habe das Gefühl, Hans Vorarlberg muss einmal hier gewesen sein. Das wissen wir doch mittlerweile. Das wissen wir noch nicht. Das weiß ich leider auch nicht. Hans Vorarlberg zu finden, ist das Ziel meiner Mission. Daher muss ich auch unbedingt meinen Zug, der in Komkolsgrad festsitzt, wieder fahrtüchtig machen. Ist es Ihnen ohne diesen Zug denn nicht möglich, ihn zu finden? Sie müssen verstehen, diese Lokomotive ist eine seiner letzten Erfindungen, ebenso wie Oskar, der Pilotautomat. Ich bin davon überzeugt, dass beide mich zu ihm führen werden. Hören Sie das, James? Oh, wie lange schon hoffe ich, diesen Moment erleben zu dürfen, wenn ich nur singen könnte. Oh, wenn ich jetzt in Paris wäre. Ich würde den guten alten George bitten, mir seinen Wundercocktail zu mixen. Nicht wahr, James? Sie haben mir diese Geschichte schon oft erzählt, gnädige Frau. Ohne dieses legendäre Getränk hätten Sie Ihre Frankreich-Tournee vermutlich absagen müssen. Ich verstehe nicht ganz. Das ist eine ganz unglaubliche Geschichte. Es war Dezember. Ein schreckliches, feuchtkaltes Wetter. Ich sollte an diesem Abend in der Pariser Oper die Tatjana singen. Bereits am Morgen versagten jedoch meine Stimmbänder. Ich wäre fast verrückt geworden. Kein einziges Medikament wirkte. Ich weiß nicht wie, aber George, der Barman des Hotels Murrays, hatte von meinem Unglück erfahren und lief mir einen speziell von ihm gemixten Cocktail bringen. Ein merkwürdiges Getränk. Doch es wirkte Wunder. In kürzester Zeit war meine Stimme wieder da. Fantastisch. Damit haben wir die Lösung. Wir werden Ihnen diesen Cocktail zubereiten. Mein liebes Kind. Ich fürchte, das wird unmöglich sein. George hat mir nie das Rezept verraten. Dazu genoss er es viel zu sehr, sich durch dieses Geheimnis unentbehrlich zu machen. Dieser George wird es mir verraten. Ich kann sehr überzeugend sein, wenn ich will. Okay. Zug? Sie müssen unbedingt mit mir nach Komkolsgrad kommen. Nur unter dieser Bedingung werde ich meinen Zug wiederbekommen und meine Reise fortsetzen können. Ihren Zug? Ja. Ich verfolge meine Mission an Bord einer ungewöhnlichen mechanischen Lokomotive, die übrigens von einem Automaten gesteuert wird, der mit Ihrem James verwandt zu sein scheint. Hören Sie, James? Will James nicht einsehen. Oh, oh. Oh, oh. Mit Verlaub, gnädige Frau. Ihre Worte erstaunen mich. Und dass ich es bis heute bei Ihnen ausgehalten habe, macht mich schon zu etwas Besonderem. Oscar ist nicht mein Diener. Er verfügt sogar über eine recht große geistige Unabhängigkeit. Er kann manchmal recht dickköpfig sein. Ganz wie Sie, James. Ist das nicht lustig? Dann wird sich die gnädige Frau sicher auch nicht wundern, dass ich ihr dringend von einer Reise abrate, die sehr anstrengend sein dürfte. Darüber entscheide ich, James, ich allein. Ich hätte Ihren Automaten gerne einmal kennengelernt, Freundin Walker. Wo ist der? Er ist mit dem Zug in Comcolzgrad geblieben. Der Direktor hat sich seine Hände ausgeliehen, um sie dem Pianistautomaten anzulegen, der sie begleiten soll, wenn sie dort singen. Wie reizend. Noch ein Automat. Und dazu noch einer, der für mich spielen kann. Oh, warum hat mich nur meine Stimme verlassen? Oh Mann. Gut, das nächste wäre dann Helena. Sie müssen ein wunderbares Leben gehabt haben. Oh, wunderbarer noch, als Sie es sich vorstellen können. Ich habe die größten Arien des klassischen Repertoires in den brunkvollsten Konzertsälen der ganzen Welt gesungen. Oh ja, mein Kind. Viele lagen mir ab den ersten Noten bereits zu Füßen. Und wie viele Gläser und Herzen habe ich zum Bersten gebracht. Sag ich ja das bei dem Glas, ne? Dann zweifle ich nicht. Und dann nimmt uns eines Tages die Krankheit, was das Leben uns geschenkt hat. Meine Stimme wollte mir nicht mehr gehorchen. Dann kamen die immer häufigeren Migräneanfälle und mit meiner Gesundheit ging es bergab. Man schickte mich schließlich hierher zu Kur. Und aus einem kurzen Aufenthalt wurden lange, lange Jahre. Aber Sie scheinen doch bei bester Gesundheit zu sein. Wir wollen es mal nicht übertreiben. Hm. Ich will Sie nicht länger beanspruchen. Ich danke Ihnen vielmals für Ihre freundliche Aufmerksamkeit. Es war mir eine Freude, liebes Kind. Sie sind eine charmante junge Frau und Ihre Gesellschaft hat mir gut getan. Ach, guck an. Deswegen hat sie uns bestimmt auch verteilt. Guck mal, da haben wir Wodka. Ein Glas aber auch. Hm. Ich habe gerade überlegt, in das Brustbett. Ich möchte das gerne nochmal sehen. Kann ich das nicht? Ist das das Dialogbuch? Kann ich mir das nicht nochmal angucken? Nee, anscheinend nicht. Doch, da. Einsehen. Aha. So. Und zwar ist das hier. Das ist doch die falsche Nummer, die ich notiert habe. Hä? Okay. Gut, dann nehmen wir jetzt die Nummer. 4, 6, 4, 3, 3, 6, 4, 3. Und, äh, da Paris, Frankreich, Mauritz Hotel. Das ist das bestimmt, oder? Wir rufen da einfach mal an. Gucken wir einfach mal, was passiert. Und zwar 4, 6, 4, 3, 3, 6, 4, 3. Hallo, ist da das Hotel Meuritz? Hier die Rezeption. Hallo. Hallo. Ich hätte gern Herrn George gesprochen. Er ist Barmann in Ihrem Hotel. Einen Moment bitte. Ich verbinde Sie mit der Bar. Hier die Bar. Was kann ich für Sie tun? Guten Tag. Ich hätte gerne mit George gesprochen. George? Sie meinen Herrn George? Äh, ich denke schon. Er war in den 50er Jahren Barmann im Meuritz. Nun ja, wissen Sie. Herr George arbeitet schon lange nicht mehr hier. Hallo, Dan. Warum geht es denn? Man hat mir gesagt, dass Herr George einen ganz ausgezeichneten Cocktail mixt, dessen Rezept nur er kennt. Ich müsste unbedingt dieses Rezept wissen. Es ist wirklich äußerst wichtig. Ich würde Ihnen ja gerne helfen. Aber wissen Sie, bei all den Cocktails, die der gute alte George so kannte, ein richtig guter Barmann. Seinen Ruf hat er sich verdient. Er hat uns alle seine Rezepte da gelassen, als er ging. Welches genau suchen Sie denn? Äh, ich weiß nicht. Es gibt sehr viele, sagen Sie. Und ob. Der Paris-Peking, der Enigma, der Baikal, der Blue Helena, der Red An. Blue Helena? Ja, der muss es sein. Der Blue Helena. Gut, ich schaue mal nach. Der Blue Helena, also. Eine Dosis Wodka, eine Dosis Curaçao Blau, eine Dosis flüssiger Akadienhonig, eine Fingerbreite Zitronensaft und etwas Eis. Ordentlich schütteln und hopp. Perfekt. Ich danke Ihnen, mein Herr. Sie haben mir sehr geholfen. Aha, aha, okay. Ähm, nee. So. Telefon wieder verstecken. Frau Romanski, wäre es möglich, dass... Was? Haben Sie meinen Cocktail? Ja. Nein, noch nicht. Aber ich habe das... Da gibt es kein Aber. Oh. Wenn ich diesen Cocktail nicht bekomme, werde ich nicht mit Ihnen nach Kornkoltzgrad fahren. Also worauf warten Sie noch? Hören Sie das, James? Das ist ja unerträglich. Ui, ui, ui. Ich bin ganz Ihrer Meinung, gnädige Frau. Diese junge Dame versagt bei allem, was sie unternimmt. Wir sollten dieses Projekt aufgeben. Oh nein, das dürfen Sie nicht. Dieser Cocktail ist für mich ebenso wichtig wie für Sie. Das müssen Sie uns erst mal beweisen, mein liebes Kind. Okay. Dann. Also das Rezept haben wir ja definitiv schon. Das ist... Also das ist ja jetzt die Klappe. What? Hm. Ja. Ich frage mich, wie das funktionieren soll. Ja, ich mich auch. Da sind wir ja schon mal zwei. Aber ich gehe mal davon aus, dass dort der Wodka reingehört. Okay. Zitrone. Das Glas hier irgendwie. Nee, das können wir hier nicht. Hm. Okay. Wir brauchen noch anscheinend irgendwie eine Zitrone. Hm. Wir haben doch soweit schon alles durchgesucht, oder? Was ist das? Jetzt sag nicht... Ach, tatsächlich. Das ist der Honig, glaube ich. Und das ist eine Zitrone, würde ich mal behaupten. Aha. Ja, die steht auch... Wer weiß, wie lange die da schon offen liegt, die Zitrone. Naja, egal. Damit haben wir die Zitrone. Die fucken wir dorthin. Streichfester Honig. Warte. Hat das damit was zu tun? Den kriegen wir da nicht raus, ne? Ich weiß tatsächlich auch nicht mehr, wie das Rezept war. Wir müssten es doch in unserem Dialog-Motizbuch haben. Nein. Ich habe natürlich jetzt auch nicht mitgeschrieben bei dem Rezept, ne? Können wir da nochmal anrufen? Weil ich gedacht habe... Ja, jetzt sagt uns nachher schon, was wir kriegen, äh, was wir mitnehmen müssen. Guten Tag, ich bin es schon wieder. Könnten Sie mir noch einmal das... Aber sicher. Eine Dosis Wodka, eine Dosis Curaçao Blau, eine Dosis flüssiger Akazienhonig, eine Fingerbreite Zitronensaft und Eis. Ich habe es notiert. Vielen Dank. Habe ich nicht notiert. So schnell, wie der spricht. Ach nee, warte, nein, oh, stopp. So, 4, 6, 4. 3, 3, 6. In so einer Kricke-Schrift muss ich dann schreiben. Guten Tag, ich bin es schon wieder. Könnten Sie mir noch einmal das Rezept für den Blue Helena durchgeben? Aber sicher. Eine Dosis Wodka, eine Dosis Curaçao Blau, eine Dosis flüssiger Akazienhonig, eine Fingerbreite Zitronensaft und Eis. Ich habe es notiert. Vielen Dank. Jetzt habe ich es auch wirklich notiert. So, gucken wir mal. Also. Wir brauchen hierfür... Was hat das da mit auf sich? Weiß ich nicht. Was hat das hier mit auf sich? Nee, wir brauchen Wodka und Curaçao Blau. Äh, Blau. Wow. Blau. Alles das Gleiche. Das heißt, wir müssen auf den Notenschlüssel stellen, ne? Ja. Und dann brauchen wir Wodka. Was ist das? Ein, aus. Okay. Ich würde mal vermuten, dass... Ähm... Ach, oder hat das was damit zu tun, wo die Sachen liegen? Ah, ja. Okay. Ähm. Das hört sich aber so an, als wenn ich hier trotzdem irgendwie... Was ist das? Wieso kann ich den da wieder rausnehmen? Das finde ich jetzt äußerst... Oh, und wir haben kein Eis, ne? Oder doch? Doch. Das hört sich sehr nach Eis an. Warum kann ich den Honig da mit rausnehmen? Muss ich den irgendwie noch erwärmen oder so? Weil streichfester Honig, ne? Ich kann hier nichts anderes wieder wegnehmen, bis auf den Honig. Ach, Moment mal. Erwärmen. Wir haben doch dieses eine Spudelbeetchen hier hinten. Ja, ich habe Bart gerade verniedlicht. Äh, wo wir doch... Ja, komm schnell, Kate. Hier hinten. Bei den nackten Männern. Wir machen den mal dort rein. Achso, anscheinend ist das schon an. Der Dampf. Ja, sehr cool. Das sieht gut aus. Was haben wir jetzt? Flüssigen Honig. Ah, sehr gut. So, jetzt müssen wir uns nur noch zurechtfinden mit der Mixmaschine da hinten. Den Rest haben wir. So, und zwar machen wir jetzt erstmal den flüssiger Honig. Sehr cool. Den Honig hier hin. Und dann... Nochmal neu starten? Geht das so? Weiß ich nicht. Wir haben hier hinten... Wodka. Also diese Taste. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Da müssten es 14 Stück sein, die da aufgeführt sind. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn. Ja, perfekt. Perfekt. Also, wir fangen an mit... Wodka. Dann müssen wir umstellen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs... Das ist nur die Frage. Von links oder von rechts. Äh, fünf. Ich hoffe, ich hoffe, das ist richtig. Du siehst auch nicht, wo der irgendwie hier was macht, ne? Ähm, dann muss Honig kommen. Dann die Zitrone. Dann die Zitrone. Und dann Eis. Und das sollte er dann sein. Ich hoffe. Ich hoffe, ich habe das richtig verstanden. Oh, das ist bestimmt auch was von Hans. Die Maschine. Schmeckt er? Bitte. Nein. Das sieht falsch aus. Was ist denn das für ein Gebräu? Wollen Sie mich vergiften? Scheiße. Das ist ein Blue Helena. Unmöglich. Die Farbe war ganz, wie soll ich sagen, anders. Und der Geschmack war mehr, verstehen Sie? Und die Konsistenz war nicht so... Eines ist jedenfalls klar. Dies ist kein Blue Helena. Nun geben Sie sich doch ein bisschen mehr Mühe. Gut, dann versuche ich es eben mit einer anderen Mischung. Ja, aber die neue Mischung versuchen wir mal nächste Folge. Ich sage erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Und ich sage Tschuhus.